So schwer ist das nicht! Siehst du, hab ich doch gesagt! Du kleiner Spastikovogel! Jetzt geh ins Wasser! Meine Fresse, ey! Ich krieg mich mal ein! Muss man die Leute erst motivieren, bevor sie es schaffen, ey! Boah, du kriegst das doch jetzt auch nicht hin! Mann! Frené, du bist echt zu schlecht dafür! Was hab ich dir gesagt? Du bist zu schlecht dafür! Waaah! Halt einfach die Schnauze, okay? Beim Brinken motivieren einfach nichts. Ja, wow, fettes Motivieren, ey, bleiß, Leute! Ja, bei ihm hat es geholfen! Ich sag auch zu dir, einer Oma, die auch über die Straße geht, du wirst so ein dumm Stück Scheiße! Dich könnte man nicht mal von einem Teil kratzen, weil du so fett bist! Nein, das darf man nur beim Zocken sagen. Gott! Halt einfach die Fresse, okay? Äh, Flo! Flo, Flo! Guck dir meine nächste Challenger an! Nee, ich guck mir die noch nicht an! Guck dir die einfach mal an! Boah, ich kann nicht mehr! Ja, Pasi, ey! Das hab ich voll... Boah, René, du schaffst das sowieso nicht! Du bist viel zu schlecht für diese Scheiße! Pasi, dass das erst mal... Meine Fresse! Pasi, dass das das erst machen, wenn er bei der langen Leiter ist! Aber du kriegst ja diese Scheiße, springen ja noch nicht mal hin! Guck mal, der Pasi ist jetzt sowieso! Hast du recht, Pasi, hast du recht! Erstmal was trinken! Ja, Mann, guck dir das doch an, der ist viel zu hässlich dafür! Der ist voll grün! Guck mal, der ist voll gut drauf! Der ist voll gut drauf! Der ist voll gut drauf! Guck mal, der schafft das eh nicht! Ja, okay, richtig! Jetzt verliert, jetzt fällt er sowieso runter, weil er ein kleiner Cut-Nub ist! Okay, komm mal, René! Ja, und den Spon kann er sowieso nicht schaffen! Oh nein! Weil er so schlecht dafür ist! Pasi, jetzt halt die Schnauze! Schmeiß dir mal raus, im Ernst! Ich kann nicht, er ist ein Teil dieses Let's Plays! Und ich bin der Hoster! Boah, ich gehe mich jetzt aufleveln! Tschüss, ich gehe mich jetzt aufleveln! Und wo kommt das? Oh, ich glaube, er wird wieder von seinem Vater geschlagen! Ja, weil du rumgebrüllt hast und ich zurückgebrüllt habe! Ja, du sollst ja auch nicht zurückbrüllen! Ja, du sollst einfach die Schnauze halten! Ich bin der Motivationstrainer, nicht du! Das hat Geist gebracht! Ja, weil du zurückgebrüllt hast! Bei der XP-Flasche ist ein kleiner Texturenfehler! Ja? Also bei meinem Texture-Pack! Also meins nice! Das war's! Habt ihr mit XP rumgeworfen? Mh, er! Ja, aber ich hab die wieder eingesammelt schon! Komm, René! Du kannst es schaffen! Ich hab's auch geschafft! Wenn ich's schaffe, dann kannst du es auch schaffen! Hier ist ein grünes Schaf! Halt's Maul! Ist so! Ein grünes Schaf! Sauber, René! Ja, du musst... Stell dir mal die Zeugung vor, ey! Ein Grasblock mit einem Schaf! Okay, René! Nein! Oh! Okay, René, wie machst du das jetzt eigentlich? Du drückst grad Shift, weißt du was, eigentlich? Ja, und jetzt nach rechts! Ach, Manu! Oh, schade! Manu, du kannst auch aufgeben! Hast du die Fackeln eigentlich an die Böcke gemacht? Pazzi? Ja! Ich geb nicht auf! Die sind nämlich hässlich! Ich geb nicht auf! Keiner von euch hat aufgegeben, also! Du hast auch schon einmal aufgegeben, ne? Doch! Der hat die eine geschafft mit der Zeit! Ja! Nein, die eine, ähm, bei dem es so deftig geruckelt hat! Nein, das hab ich auch gemacht! Ja, die hat er auch gemacht! Oh! Hä, bei... Bei welch hat's denn heftig geruckelt? Bei der Zeit, wo er Knopf gedrückt hat, dann... Ja, die hat er gemacht! Ich hab mich einmal... Ich hab mich einmal... Ja, ist... Dann... Dann ganz eingeloggt, dann hat's aufgehört zu ruckeln, keine Ahnung! Und die, wo's so dunkel war, haben wir ein bisschen heller gemacht! Ja, dank mir, sonst hättest du aufgegeben! Ja, halt's mal passieren! Mhm, 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 halt doch selber dein Maul! Ja, okay! Wieso soll's denn? Er hat's geschafft! Ich auch! Nein! Mama Mia, ey, war das heftig! Was glaubst du, wie wir an der nächsten, äh, verzweifeln werden? Wir werden nachrichtig kaputt drangehen! Nein, nein, die nächsten schaffen wir! Nein! Nein, wirklich. Ich habe mir die angeguckt. Okay, komm, René. Komm schon. Die Sprünge sind fast unmachbar. Okay. Danke für die Motivation quasi. Ach, Mann. Ah, schade. Egal. Ach, du scheiß hast du sowieso nicht. Alter, quasi halt dein Maul jetzt. Ist so. Florian kann man so motivieren. Ja, hast du doch schon gemerkt, dass es nicht geklappt hat, oder? Okay, du scheißt das, Junge. Ich glaube an dich. Einfach die Strasse. Das reicht eigentlich schon. René, das ist voll einfach mit der Leiter irgendwie. Jetzt, wo ich den Dreh raus habe. Du packst das. Glaub an dich. Wenn den Dreh raus hat, dann ist das auch leicht. Sei wild. Gefährlich und wild. Dann läuft nach oben, dann nach oben. 3, 2, 3, ah. Nee, ich habe das jetzt 30 Mal geschafft. Nein, ich habe das jetzt zwei meinteinander. Okay, ich gehe hier immer weg. Ja. Bitte, René, komm schon. Komm schon. Du schaffst es. Das ist ein ganz normaler Sprache. Ja, ja. Jetzt an die Leiter. Bitte, René, an die Leiter. Nein, nein, nein. Nein, nein. Ich war schon drauf. Ihr jammert ey, ich jammer am meisten. Ich gehe jetzt mal hier. Du musst den Scheiß eben auch immer. Ich gehe jetzt mal in die Teleportation Station. Ach ja, die geht ja nicht. Was ist, wenn ich das schaffe? Tja, das ist ja ziemlich gut. Und du dann in der Teleportation bist. Was machst du? Was seid ihr überhaupt? Pasi. Nevermind. Pasi, bringt sich jetzt gerade selber, um, indem er sich mit Kügelchen voll dröhnt. Boah, ist ja dumm. Voll der Junkie. Hey, wir müssen noch in die Teleportation Station, oder nicht? Ach, ne, hier ist die Channel. Oh, scheiße. Alter. Das ist... Nee. Komm, schaff. Das kriegen die nebenhin. Schaff es einfach. Die werden wir hundertprozentig überspringen. Ach, Mann. Jeder von uns. Nein. Bestimmt schaffen wir das direkt nochmal. Das wäre ultra-witzig. Das wäre übelstwitzig. Vielleicht stuft ihr sie einfach nur falsch. Ist das der Wasser-Challenge? Das ist wieder mit Leitern. Ach, man muss von einer Leiter zu anderen springen und immer weiter. Und immer weiter. Aber der Abstand, der Abstand. Du musst perfekt abspringen, jedes Mal. Ja, okay. Mit Anschwung. Komm, René, ja. Ja. Flo, das ist jetzt echt nichts mehr Besonderes, okay? Jetzt an die Leiter. Bitte. Bitte. Ja, ja. Ja. Okay, jetzt einfach noch... Ja. Bitte, René, schaff den Sprung, schaff den Tor. Nein! Ey! Ey! Da hast du den Sprung langsam. Der restliche Scheiß ist langsam so easy, ne? Oh, Pasi, was machst du da? Warte, ich helfe dir. Warum leckt das hier ein bisschen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich hab ein bisschen Framer... Frame-Einbrüche. Also ich hab noch 46, 45. Ja, nein, das fällt auch kaum auf, nur... Das ist nicht super gut, wie sonst immer. Ja. Was habt ihr getan? Ja, Pasi, ist grad im Loch und wir bewerfen hier mit XP-Flapflop. Kraken-Wichser. Ich hab schon... Nein, Mann! Wir sind schon nur noch unter 40. Jetzt Nacht oder will ich mir das nur ein? Oh, ne. Komm, werf weiter. Nein, ich werf nicht weiter. Das ist krank, Pasi. Ich schreib jetzt ein Tagebuch. Hier, äh, Seite 1. Schwul. Äh... Gay... Komma... Fragezeichen. Wir sind... im Moment... Kacke. Und... Schreib René, scheiße. Ziemlich... Alter, da, deckt auf! Scheiße. Punkt. Wir... kriegen... es... nicht... gebacken... sonn... kack... sprung... zu... schaffen. Nein, nur René. Heils Maul! Okay. Wenn... ich... nicht... im... Game... im... Not... wäre... würde... ich... mich... um... bringen. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. jetzt sehe ich das noch... äh... sucht sie... äh... ich... ziemlich... scheiße... ist der Buchtitel... ich stehe so kurz da vorne so kurz... signieren und schließen... aufzugeben... so kurz stehe ich da vorne... okay, wo kann ich das Buch jetzt hinlegen... verlegen... sie... ... also schon mal ein Bestseller gelesen... hier... G wir sind im Moment im Moment ziemlich scheiße und das Buckel sieht ziemlich scheiße aus wir kriegen jetzt nicht gebacken sohn das ist übrigens falsch geschrieben was ich habe ich das geschrieben ich dachte ich dachte dass er so ein hinschreiben ach so wie wie den Sohn so sollte er da so der ich hätte dann Hex Akzente machen sollen die sind nee kein Akzent in aber drauf scheiß da sind ab du bist das für uns um sich noch sagen lassen Prozent der Zweifel Mut ist auch ein Game Mode ja ihr wisst da was ich meine sind gerade im kreativ Modus ja René das so ist doch da ich werde ein Buch ich hab ein Buch jetzt weggeschmissen m es ist ein Org die Blöder nach zehn Jahr okay in der Kette zu sich der Peck gar keine Sau und doch und doch Pasi René ja du musst diese Schieter Nein du musst Schiff drücken auch wenn er mal auf wenn ich die Schuhe Weg die die Schuhe bei der Partie ihr will doch auch wenn am Rand springt muss zu versuchen Schiff zu drücken vielleicht funktioniert das fast nicht also wenn du springst am Rückschiff spring ab und Rückschiff dann können dann könnte es funktionieren dann die Leiter dies eigentlich nicht so schwer dann das zu machen was ich gesagt du warst schon mal hier bei den Leitern wartet kurz so umschietet er nicht einfach weil du gerade gesagt hast, dass wir schummeln ja aber er kommt sonst nicht weit warte ich guck mal ob das überhaupt geht ja also ich war hier drauf bin dann hier draufgekommen was und dann hier das funktioniert ja wirklich ja ich mach das doch die ganze Zeit ach so auch denn ich fliege hier die ganze Zeit das ist ja voll einfach von da A René ja Schieter also wir uns wär's egal wenn du schieten würdest ne weil du hättest jetzt theoretisch geschafft man kriegt den Sprung sogar von ihr aus hin Flo ja von wo wo bist du auch da ja hier unten man kriegt den sogar mit nein kriegt man nicht hier wir nehmen den Malensprung äh ich wünsch dir wir uns Checkpoint während dieser Challenge ey der ist es hier wir können ja ein Baum wenn du willst nein dann hätte ich das nicht so geschafft wie ihr boah schummel doch einfach nein wir schützen so viele Sachen nein das ist nicht auch ich war hier ist das höchste Gebäude in dieser ne doch nicht da hinten ist das Boah Boah wie fast in weiten Weg wir noch haben das ist die das sind über 100 in dem Haus da sind um von ich glaube 109 bis 112 Oh Gott oder noch mehr Oh Gott ich bin mir aber nicht ganz sicher Oh Gott da war es gut aber das gute ist nach dieser Challenge hier gibt es nichts Körbeleiter Sprüge richtig gut ja ein Kiefer nein